Hallo und herzlich willkommen bei GRID 2 Ich hoffe man hört die Reo laut und deutlich Ja, das hoffe ich auch, dass man dich hört Freunde einladen, GRID 15 Loll, warte Warte, warte Nehm ich an Ich spiel mit Controller, by the way Party by treten Weil ich spiel da so'n Voice-Dings-Punkt Wahrscheinlich hörst du mich dann doppelt Ok, dann müssen wir den ausmachen Warte, ich lade Ah ja, ich hör dich doppelt Stopp Wie mach ich denn das? Loll, ich hör dich nicht mehr doppelt Warte Warte mal Wie höch dich Warte mal So, ich hab dich jetzt gemutet Mit Controller geht's dann Ok Ähm Warte mal Nein Warte mal Ja, hoffentlich müssen wir jetzt nicht gleich gegen irgendwelche anderen Aber, versuch' mal Ich klinge bestimmt... Ich klinge bestimmt... Fehlgeschlagen, Verbindung zur Rennlobby konnte nicht hergestellt werden. Ja, ich klinge raus. Du caster... WTF? Okay... Ich klinge, dass der was für den überhaupt in der Praxis ist. Ja, ich weiss. In der bleibt man ja auch. Kann ich mich eigentlich selber stumm schalten? Ne, kann ich nicht. Schnell spielen. Warte mal, warte mal, warte mal. Und dann mach mal Online-Saison. Könnte gerade Spiele erstellen. Ah, ähm... Nee, Spiele beitreten. Bin... Okay, lass erstmal fahren. Hoffentlich redet jetzt hier keiner rein, aber die scheinen alle muted zu sein. Oh, fuck. wenn gehts hier denn mal los wenn gehts hier los event läuft steht bei mir die fahrt noch alle lassen wir hier wieder raus oder ich konnte was hat diese sitzung verlassen er machen wir machen wir jetzt erstellen und das erst mal den computer gegen wenn es geht er hatte mir die karte gar nicht gar nichts ist auch interessant nichts besonderes nichts besonderes wir können nehmen ich bin übrigens gerade im fenster modus ich habe mich für die es interessiert ich habe fast in so furiosens geguckt war richtig geil der film ja und dann hatte ich gleich nach dem film total lust auf auf dem rennspiel und dann habe ich leben überredet komisch dass wir bei den gleichen nehmen war natürlich sarkasmus oder ironie ich könnte wenn es bei mir viel zu leise bist bei mir ist aber interessanter leute also online verdiene geld stand pack ist laut alter ich höre dich nicht mehr leo auch auch Oh, hoppala. Oh, gar nicht mal so leicht. Oh, man. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Sorry, dass ich so wenig sage. So. Schonenessig so wenig sage. erstmal ein baum spielen also ich höre dich gar nicht leo ja ich bin immer noch vorne welch ein wunder ach du schreck ich glaube leo ist schon raus ich weiß nicht wie lange die Runden sind gut geil aus Alter, fucker. Irgendwie hat das Auto leicht prall. Ja, Leo scheint raus zu sein. Oh, fuck. Der steht bei mir nur noch rum. Oh mein Gott. Das sind die zwei richtige Pros, ne? Halli. Oh Gott. Fuck. Ich hab schon mal keine Wiederholungen mehr. Oh mein Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Nein. Alter. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. ja und nicht da klingt erst noch erscheint mich auch nicht zu hören ich höre dich ja du fährst immer noch oh mein gott ich muss definitiv den Sound leiser stellen oder Leo muss sich irgendwie lauter stellen oh da kam jemand nicht durchs Ziel würde ich sagen ja meiner auch alter du standst bei mir nur rum auf der Minikarte ja das macht Spaß auch wenn wir ein bisschen enorm schlecht waren ja kannst du dich nicht irgendwie ein bisschen lauter stellen Leo bitte was das ja ich versteh dich aber auch so kaum warte kurz dann mach ich halt nochmal ja kann ich hier nochmal raus irgendwie ne ich will nicht abrechnen geht ja leider nicht direkt mehr scheinbar ja okay warte 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 das ist so scheiße laut das Game oder ich ich muss mich aufnehmen und das praktisch ein Ding zu leiser machen ne lass mach einfach leise und mach deine Kopfhörer dann überhaupt da wenn das Game zu leise ist ja das Problem ist bei mir Audio hab ich Menümusik auf 10 Effekte auf 50 geht nicht weniger Motoren auf 50 geht nicht weniger Sprache auf 30 und Streckenbelag keine Ahnung was das ist na wie das quietscht hast du einen Dynamikbereich hast du hoch oder niedrig und System EQ hab ich linear mach Motoren ein bisschen leiser geht ja nicht geht nicht leiser als 50 na ich weiß bei mir auch nicht ist es immer noch zu leise ja what the fuck warum bin ich immer noch zu leise jetzt bist du lauter geworden ja wie leise hast du mich denn eingestellt Junge ich hab dich ich weiß nicht ob ich soll ich kurz die Aufnahme unterbrechen ne das ist scheiße echt dann unterbrechen wir machen jetzt erstmal ah das ist ein bisschen scheiß für den Folgenende jetzt ok aber warte dann dreh ich Headset nochmal ein bisschen leiser dann hört man dich zwar wieder nicht aber dann ist es Pech lad mich nochmal ein ja ich muss ausrolladen ich bin auch kluft so Freunde einladen das Trend wird ein bisschen besser sprachen erstmal dran ja das wäre das wir noch so ein paar Probleme haben hier aber war ja zu erwarten warte kurz hab ich dich noch gemütet ja gut jetzt bist du zum Beispiel wieder viel leiser das ist voll komisch ja nimm mal irgendwie irgendwas wo man nicht so viele Coop noch hat ja mach mal irgendwie wenig Gruven irgendwie wo man so eine Acht wo man praktisch so ein Oval fährt gibt es sowas und guck mal ob du Computergegner einstellen kannst oder irgendeine Scheiße ne schade ja nimm mal Hongkong ja nimm die erste komm die erste äh nacht ja sieht schon mal gut aus aber daran muss man sich erstmal gewinnen an den Realismus ja mal sehen wo da die Unterschiede sind mal sehen wo da die Unterschiede sind ok ok wtf ich hab ein Mercedes ok 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 acion ok ok ot wir werden sehen jetzt höre ich ihn zum Beispiel fast começ parsley aber egal Also, ja, da müsst ihr vielleicht die Folge wirklich bei ihm gucken und bei mir stumpf schalten, weil ich höre ihn gar nicht Wusste ich's, du Transe, ich wusste's, Alter, du bist so eine dumme Hure, ich seh gar nichts mehr Dieser Wichser Oh Gott Mach den Schreck So ein Wichser, ey Oh, fuck Alter Alter, Alter Oh Gott Oh Gott Da hat's mich erstmal voll zerlegt Ich lieg auf'm Dach, sehr gut Oh Alter 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 Hallo Ich hab' einen Platten Ich hab' Platten Oh, ich hab's Schreck Nice, ich hab' zwei Platten Ach du Schreck Oh, ich hab' zwei Platten oh man Leo ist ein Mongo ach du scheiße ach du scheiße ja tut mir leid dann müsst ihr euch die Folge so geben oh Gott oh ja ja ich bin eher eine Lokomotive als ein Auto kannst eigentlich auch nochmal neu starten dann ist er der Mongo Oh Gott Tschüss Oh mein Gott Oh fuck Oh Scheiße Ey nee, komm, das können wir sein lassen Das ist behindert So kann ich nicht fahren, alter Ich glaube jetzt sind alle Reifen Das ist nämlich Das liegt nicht daran, dass ich so inkompetent bin Ich kann nicht mehr bremsen Ey Können wir nicht auf Schienen fahren, dann wäre ich ein Vorteil Ich glaube, ich weiß, woran es gab Dass ich auf einmal keine Reifen hatte Oh, Höchstgeschwindigkeit 72 Wow, er hat es geschafft ins Ziel zu kommen Sehr unglaublich Die mit 72 kmh Musste mir mal zuschauen Links unten steht zuschauen Beeil dich Sieht echt episch aus Alter Ich glaube, da ist das Ziel Alter, so behindert ist er doch Hier, komm Warte Ja, dann danke fürs Zuschauen, würde ich sagen Bis zum nächsten Mal Haut da rein Bye bye Ach, ich lasse ihn noch kurz durchlaufen Oder was ich bekommen habe Gar nichts, wie es aussieht Bis dann Bis dann, ciao